Also wenn es eine Sache gibt, an der ich definitiv noch arbeiten muss, dann ist es mein Fazit. Denn in der englischen Version habe ich mich mal aus irgendeinem Grund wieder völlig um Kopf und Kragen geredet. Das wird wahrscheinlich aber auch in der deutschen Version passieren. Aber ich würde sagen, wir springen direkt in den Test, um nicht allzu viel Zeit zu verlieren. Denn ich weiß, ihr habt schon alle sehnlichst auf den Test des OnePlus 5T gewartet. Aber es ist eben nur das 5T und nicht das 6er. Das 5er habe ich ja schon getestet. Deswegen werde ich in diesem Test eher auf die Unterschiede zum 5er fokussieren. Also was verbessert wurde, was nicht verbessert wurde oder was vielleicht sogar verschlechtert wurde. Deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt zum ersten Teil, dem Design und der Verarbeitung. Und wenn ihr es jetzt nicht genauer ansehen würdet, denkt ihr einfach, das ist das 5er. Denn das bisschen, was das 5T länger ist, ist etwas, was ihr nie bei normaler Nutzung spüren würdet. Kurz zur Größenvergleich mal zu meinem absoluten Liebling bei den 5,5 Zollern im Moment, das Xiaomi Mi Note 3. Seht ihr schon, es ist länger und es ist auch breiter, das OnePlus dafür allerdings dünner. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es für mich genauso ein 5,5 Zoller ist. Denn 2 zu 1 bei 6 Zoll ist für mich 5,5 Zoll. Aber ich werde in diesem Video nicht darauf eingehen, wieso ich kein Fan von 2 zu 1 bin. Habe ich schon oft genug gesagt. Ich bin der Meinung, es ist der falsche Weg für die Zukunft. Aber naja, ändern kann ich das mit Sicherheit nicht. Was ich aber auch gar nicht ändern will, ist die absolut Top-Mega-Verarbeitung. Denn es fühlt sich super solide an. Absolut Top mit den ganzen Rundungen überall. Aber auch eben mit einem Unterschied zum Fünfer. Es gibt es diesmal nur in Schwarz. Das heißt in der wahrscheinlich rutschigsten Version überhaupt. Und das ist wohl mit das rutschigste Handy, das sich jemals in den Händen hielt. War bei der grauen Version noch deutlich besser. Aber vielleicht gibt es ja demnächst noch in der Zukunft ein paar andere Farbversionen, die das wieder beheben. Dafür nimmt es allerdings nicht so viele Fingerabdrücke auf. Und fühlt sich echt super an. Das muss ich dem Gerät schon geben. Was allerdings den Grip dann deutlich verbessert, sind die Seiten. Denn die werden nach hinten ein wenig breiter, was ich sonst nicht so mag. Dadurch fühlt sich das Gerät allerdings dünner an und sehr, sehr sicher im Halt. Ansonsten allerdings natürlich Einhandbedienung von 5,5 Zoller oder eben 6 Zoller mit 2 zu 1. Absolut machbar, absolut kein Problem. Fühlt sich extremst hochwertig an. Fühlt sich sehr, sehr rund und harmonisch an. Ansonsten Fingerabdruckleser. Das ist wahrscheinlich schon eine Sache, die ihr bemerkt habt. Ist jetzt nicht mehr an der Front. Was mir persönlich nicht so gefällt, sondern auf der Rückseite. Aber eine Sache muss ich ganz offen sagen. Das ist ein Fakt. Der auf der Front war jetzt vielleicht nicht selbst schneller. Denn wenn das Display mal an ist, seht ihr schon, ist es fast nahezu ohne Verzögerung. Aber die Displayanzeit, seht ihr schon, die Anschaltzeit, die ist spürbar länger als noch beim 5er. Das gefällt mir nicht so. Denn gerade die Anschaltzeit mag ich nahezu komplett verzögerungsfrei. Ansonsten hier noch die Kamera. Stehe ich da ein wenig hervor, inklusive LEDs und auch Mikro. Auf der Oberseite gibt es dann nichts. Auf der linken Seite dann immer noch den Alert Slider und auch die Lautstärke-Tasten. Wobei ich immer noch der Meinung bin, diese sind nicht so ideal platziert. Denn gerade beim Spielen ist das ein wenig weniger optimal platziert. Dafür allerdings unten wieder USB Typ C. Den Lautsprecher links finde ich auch nicht so optimal. Da komme ich noch später zu. Und ich will nicht viel zu viel meckern. und Kopfhörerausgang inklusive Mikro. Lautstärke-Tasten ist ein wenig höher als bei den meisten Handys, aber das passt noch. Und hier haben wir eben Dual-SIM, keinen SD-Kartenanschluss. Dazu noch die Kamera. Und eine BenachrichtungsLED in mehreren Farben. Was wir allerdings nicht mehr haben, da wir eben auch den Fingerabdruck nicht mehr vorne haben, sind kapazitive Tasten. Was wir allerdings haben, ist eine glatte Front und, würde ich sagen, absolut noch moderate Ränder. Also das ist absolut okay. Natürlich dafür die Ränder oben und unten deutlich kleiner als beim Fünfer, denn das hat er ja deutlich mehr. Aber eben auch den Fingerabdruck-Laser. Von daher gibt es nicht wirklich viel mehr zu sagen. Und ich würde sagen, wir kommen zum Display. Es ist jetzt ein 6 Zoll Display, 1080 Plus Auflösung. Und ja, Kalibrierungstechnik muss ich sagen, ist das eins meiner absoluten Lieblinge. Denn ihr habt Standard. Super. S-RGB finde ich persönlich ein bisschen zu fade. DCI-P3, adaptiv und eben benutzerdefiniert. Wobei ich sagen muss, Standard würde ich so lassen, denn ich muss einfach dem Gerät eines geben, eines lassen. Es ist absolut super zufriedenstellend kalibriert. Wobei jetzt die Qualität an sich auch ein bisschen besser geworden ist. Also die Blickwinkel sind eigentlich nahezu auf dem gleichen Level. Auch die Helligkeit mit dem i5-160-Lux in diesem Falle auch nahezu auf OnePlus-Level. Wirkt es ein wenig klarer. Die Kalibrierung gefällt mir immer noch so gut wie beim 5er. Aber dadurch wirkt das Display einfach ein wenig scharfer. Und deswegen habe ich auch persönlich nicht mehr ein Problem, was ich eigentlich auch sonst nicht hatte mit der Auflösung. Denn es ist natürlich nur ein sehr gutes Display, weil ich gesagt habe, ich brauche schon 1440p. Und ihr seht bei einem 1440p Display, es geht nicht darum, ob ihr Pixel seht, aber ein 1440p Display wirkt klarer. Das habe ich hier nicht. Aber es wirkt im Vergleich zum 5er doch wie ein ordentlicher Schritt nach vorne. Natürlich kein Jelly-Effekt mehr, aber dazu komme ich später noch und jetzt eigentlich direkt schon zum Lautsprecher. Direkt vorab eine Sache. Der Lautsprecher ist nicht wirklich gut platziert, denn ich habe meinen Finger hier recht oft blockiere oder gerade beim Spielen oder beim Videos schauen blockiere ich diesen auch. Aber abgesehen davon wirklich sehr gut, denn sehr laut, gut abgestimmt, klingt auch im Vergleich zum 5er ein ganz klein wenig klarer und hochqualitativer. Also auch das ist verbessert worden. Der Kopfhörerausgang ist nahezu der gleiche, was allerdings auch immer noch heißt, sehr gut. Und deswegen will ich ja nicht extra viel Zeit verlieren und würde sagen, wir kommen eigentlich schon zur Leistung. Und wie ihr schon sehen könnt, wie auch schon der Vorgänger, super schnell. Aber das war ja nichts, was wirklich in Frage gestellt wurde. Denn das 5er war schon extrem schnell, wenn jetzt auch nicht vielleicht wirklich schneller als andere Händler ist. Aber was eben dort viele Leute bemängelt haben, war der Jelly-Effekt. Ist nicht mehr da. Der ist 100% weg. Und was auch weg ist, was für mich sogar noch wichtiger ist, ist das Zittern, dieses leicht zittrige Scrolling. Und heute fragte mich einer in den Kommentaren, ob dieses Flackern weg wäre. Das, was er gesehen hat, war etwas anderes. Denn was er meinte, ein Strobing-Effekt oder ein Blitz-Zittern-Effekt, das lag wahrscheinlich daran, dass er es in einem Laden getestet hat. Und das ist mir dort auch schon öfter aufgefallen, dass dort sehr viele Geräte zu zittern scheinen. Das ist nichts, was das Gerät hat. Das war definitiv von der Beleuchtung in den Geschäften. Das habe ich schon sehr, sehr oft gesehen. Aber gerade durch das Wegfallen dieses Jitterns fühlt sich das Gerät einfach nochmal so viel flüssiger an. Und das hat für mich meiner Meinung nach einen riesen Einfluss auf das allgemeine Erlebnis. Alles wirkt jetzt einfach nochmal butterweicher. Natürlich, wie ihr schon sehen könnt, Multitasking. Absolut super. Also ihr könnt schnell zwischen den Apps wechseln. Das ist alles überhaupt kein Thema. Ihr seht schon, spricht schnell an. Und das ändert auch nichts an der Tasse. Mit natürlich 6 GB, sogar 8 GB in dieser Version ist das hier auf einem super Niveau. Und jetzt eben mit dem Wegfall vom Jelly-Effekt und mit dem Wegfallen, was für mich noch wichtiger ist, des Zitterns, ist es jetzt auf dem absoluten Flaggschiff-Niveau. Mit auf den allerbesten. Was ich beim 5er noch nicht ganz so sah, einfach weil mich dieses Zittern gestört hat. Hat nicht jeder gesehen, hat nicht jeden gestört. Wie zum Beispiel auch mich nicht, der Jelly-Effekt. Von daher lassen wir das. Spieleleistung muss ich nicht erwähnen. 1080p mit einem 835er Snapdragon. Super. Akkulaufzeit. Wie sieht es damit aus? Also erstmal eine volle Ladung. Und da finde ich ein bisschen komisch, dass so viele Leute Dash-Shots so in den Himmel loben. Denn eine Stunde 10 ist super schnell. Aber mal kurz im Vergleich. Ein Huawei Mate 10 lädt ein 4000er Akku, ein 4000er Akku in einer Stunde 12. Eine Stunde 10. Also im Prinzip das gleiche. Das heißt einen größeren Akku in kürzerer Zeit geladen. Also verstehe ich nicht, warum das so bahnbrechend neu ist. Denn die meisten Flaggschiffe heutzutage laden auch in einer Stunde 20, 25. Es ist super schnell. Aber warum jeder so darüber abflippt, verstehe ich auch nicht. Was allerdings wirklich überraschend ist, wie sie das nochmal verbessert haben mit dem YouTube. Eine Stunde nur 7%. Das ist mit einer der besten Werte, speziell für Flaggschiffs. Und ich weiß gar nicht, wie. Wobei, auch bei der normalen Akkulaufzeit, bei der normalen Nutzung, bei mobilen Daten, lag ich im Schnitt eine halbe Stunde Höhe auch bei WLAN. Also 6 Stunden und respektive 7,5 Stunden. Könnte allerdings daran liegen, das muss ich erwähnen, dass ich vor drei Monaten ungefähr meine YouTube-Benachrichtigung abgeschaltet habe. Und deswegen diese nur noch alle ein bis zwei Stunden checke. Anstatt eben bei jedem Kommentar. War einfach zeitlich nicht mehr mal bei jedem Einzelnen zu beantworten. Deswegen sammle ich sie mir. Und das hat wahrscheinlich einen Einfluss. Das könnte die halbe Stunde ausmachen. Denn viele Leute sagen, aufgrund des größeren Displays kann ich nicht leugnen, auch wenn es für mich nicht größer wirkt. Oder sollte der Akku schlechter sein, gut machbar. Also für mich persönlich sogar eine halbe Stunde besser. Ob das jetzt nur an den Benachrichtigungen liegt oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich denke mal, so oder so macht es keinen riesen Einfluss. Und was eben immer noch super ist, und das ist eine Sache, dass eben nur die Stock Android-ähnlichen Geräte an sich haben, ist der wirklich super Standby-Verbrauch. Und wenn wir schon von Software reden, kommen wir noch zu dieser. Natürlich ist jetzt nicht wirklich irgendetwas großartig verändert worden im Vergleich zum Fünfer. Denn es ist immer noch Oxygen. Also ihr seht schon hier den Launcher. Und da wir es eben hier mit einem OLED-Display zu tun haben, finde ich es auch super, dass die Theming-Engine, die zwar wirklich minimalistisch gehalten ist, aber uns absolut eine super Änderung erlaubt. Zum Beispiel Akzentfarbe. Ich würde mir hier ein paar mehr wünschen, aber ihr ändert kaum was am allgemeinen Erlebnis. Also es ist einfach nur schwarz mit weiß oder eben ganz normal, je nachdem welches Fee mehr wollt, aber es macht einen riesen Einfluss. Ich finde das ganze Gerät, die Software wirkt dadurch viel stylischer. Und das muss ich dem Gerät einfach geben. Wobei es gibt ein paar Unterschiede. Ein paar Sachen sind meiner Meinung nach weggefallen. Denn dadurch, dass wir eben keine kapazitiven Tasten mehr haben, haben wir jetzt einfach Onscreen-Tasten und können diese verändern, aber nicht mit derselben Anzahl an Optionen. Denn was es zum Beispiel noch beim Fünfer gab, war ein doppeltes Tippen auf die Zurück-Taste, um zur letzten App zu kommen. Natürlich könnt ihr das immer noch mit dem letzten App-Taste machen, was ja sowieso ist, aber ich habe das irgendwie bevorzugt aus irgendeinem Grund. Also hier wirkt es für mich, als ob ein paar Optionen weiter weg sind. Ansonsten gibt es natürlich immer noch zum Beispiel ein Doppel-Tippen, um das Display zu starten. Und auch bei den Gesten zum Beispiel. Musiksteuerung könnt ihr auch die anderen Gesten. Also gerade die Screen-Off-Gesten finde ich super. Also zum Beispiel ganz schnell die Taschenlampe anschalten mit einem M zum Beispiel oder jeden Busch. Aber ihr seht schon, wie schnell das funktioniert. Das ist wirklich top. Und das ist etwas, was ich sogar sehr, sehr gerne nutze. Ansonsten, was gibt es noch? Ganz kurz. Statusleiste. Ihr seht schon Akku, Ladestand, Netzwerkgeschwindigkeit, Schriftart könnt ihr natürlich ändern, Standard-Launcher und so weiter. Aber ich muss da nicht wirklich näher drauf eingehen, denn es ist im Prinzip die gleiche Software mit minimalsten paar Veränderungen im Vergleich zum Fünfer. Und das heißt für mich, und ich sage es jetzt einfach direkt, wie ich es auch im Englischen gesagt habe, es ist für mich die mit einem ordentlichen Abstand beste Software, die ihr auf irgendeinem Handy bekommen könnt, wenn wir im Android-Segment sind. Denn es ist besser für mich wie Stock Android. Denn es ist Stock Android einfach nur erweitert. Es ist aber nicht irgendwie so stark erweitert oder so stark verändert, dass es irgendeinen negativen Einfluss hat. Und Updates gibt es relativ lang, wobei das bei Oxygen so immer ein Problem ist, gerade weil so viele neue Modelle kommen relativ schnell. Aber dafür habt ihr die Custom-Rom-Community und das sollte gar kein Problem sein. Also ich finde keine Software ansatzweise so gut wie diese. Aber wenn wir schon von Software reden, haben wir ja die ganze Zeit, kommen wir zur Kamera und ganz kurz zu der Software. Sehr minimalistisch gehalten, aber hat wirklich alle Funktionen recht einfach zugreifbar. Denn wie ihr schon sehen könnt, hier könnt ihr die Auflösung oder eben das Seitenverhältnis einstellen. HDR, HQ, also High Quality, HDR, An und Aus oder Auto, finde ich auch praktisch. Ein Timer und auch den Blitz. Hier könnt ihr dann problemlos auch noch von dem normalen auf den zweifachen Zoom wechseln. Hier in den Portrait-Modus mit diesem Tiefe-Effekt und dann eben zum Video. Beim Video könnt ihr hier natürlich noch die Auflösung ändern. Also es ist eine wirklich minimalistisch gehaltene, aber funktionsreiche Software. Zum Beispiel dann auch noch, gehen wir mal kurz zurück. Könnt ihr hier noch ein paar Extra-Optionen drauf zugreifen. Hier sind dann die Einstellungen und dann gibt es eben den Pro-Modus mit zum Beispiel ISO, White Balance, Shutter und so weiter. Also das macht einen wirklich guten Job. Gefällt mir. Wie sieht es allerdings mit den Ergebnissen aus? Und ja, das war eins von vielen Bildern, die nicht so geklappt haben. Aber ansonsten muss ich sagen, das seht ihr hier auch schon. Das wäre der Beauty-Mode, der sogar noch halbwegs dezent ist. Aber ich bevorzuge ihn trotzdem aus. Seht ihr schon. Aus dieser Entfernung noch nicht vielleicht perfekt scharf. Das wäre so der Sweet Spot. Und das ist fast schon zu weit. Denn da wirkt es schon wieder, als ob es ein wenig an Schärfe verliert. Wobei mein Problem ist, dass ich zu viele, wie ihr hier schon sehen könnt, verschwommene Bilder hatte. Also hier, hier, dann hier wieder nicht. Aber hier und hier. Ansonsten Qualität auf einem sehr guten Level. Hätte es vielleicht noch einen Autofokus und eben konstantere Bilder geschossen, hätte ich vielleicht einen großartigen geben. So kann ich es leider nicht. Denn selbst innen, bei nicht so guter Beleuchtung, hat es gut geklappt. Wobei natürlich bei schlechterer Beleuchtung, da fällt die Leistung dann drastisch ab. Aber das ist ja eigentlich normal. Wie sieht es jetzt bei Lowlight aus? Also die sollte ja aufgrund der zweiten Linse deutlich besser sein. Wobei ich das persönlich nicht so sehe. Also ihr seht schon hier, das sieht gut aus. Mit Blitz noch ein bisschen besser. Aber ohne ist das nichts wirklich, wofür man meiner Meinung nach eine zweite Linse braucht. Denn die Bilder sind für mich auf einem recht guten Level. Richtig gut. Aber noch nicht ganz sehr gut. Denn, ja, ihr seht schon. Also schöne Ergebnisse, auch das Schatter und alles ist top. Aber mich hauen die Lowlight Qualitäten hier nicht vom Hocker. Ihr seht schon, schön. Auch mit dem Blitz. Hier jetzt mal ohne Schärfeffekt und mit Schärfeffekt. Funktioniert relativ gut. Gerade bei natürlich Menschen funktioniert die Sache noch besser. Aber das passt. So. Frontkamera, wie sieht es hier mit dem Video aus? Ich muss sagen, was mir nicht gefällt, ist einfach dieser zu starke Crop oder dieses zu starke Hereinzoomen. Denn dadurch bei komplett gestreckter Hand sieht man gerade so mein Gesicht. Das ist nicht so optimal. Ich denke mal, das hat aufgrund das mit der Bildstabilisierung zu tun. Wobei ihr doch schon recht viele Zitterer seht. Also ich weiß nicht, ob das EIS hier aktiv ist. Und ob es einfach vielleicht nicht so gut funktioniert. Denn man sieht schon viele kleine Zitterer. Ansonsten wäre die Bildqualität top. Auch der Sound des Mikros ist auf einem sehr guten Niveau. Also das würde schon passen. Aber ich bin nicht ganz überzeugt, komischerweise. Und ich muss allerdings auch sagen, bevor ich zu den Qualitäten der Hauptkamera komme, das Wetter war nicht gut. Und deswegen bin ich wahrscheinlich vom Fünfer ein wenig mehr angetan. Dort hatte ich bessere Konditionen. Aber ihr seht schon, Bilder sind solide. Auch der doppelte Zoom hier, der jetzt natürlich nicht mehr mit der Linse selbst oder mit dem Objektiv funktioniert, ist okay. Aber es ist auch nichts anderes, wie wirklich einfach nur selbst reincroppen. Und dann eben hatte ich auch hier ein paar zu viele Bilder, die nicht ganz so klappten. Also Autofokus war nicht perfekt. Aber ansonsten alles top. Und die Bilder, ich denke mal, bei besseren Verhältnissen werden auch sehr gut sein. Aber ich gebe diesmal nicht mehr als ein sehr gut. Ich weiß, ich habe beim Fünfer noch einen fast großartig gegeben. Aber ich nehme das vielleicht ein bisschen zurück. Denn mittlerweile sind Kameras einfach ein Stückchen besser geworden seitdem. Und ihr seht schon hier zum Beispiel HDR. Hier zum Beispiel nochmal. Strengt sich ein bisschen zu sehr an. Also versucht hier zu viel zu verschönen. Da würde ich vielleicht eher bei HQ bleiben oder High Quality. Der doppelte Zoom hier wieder. Komisch, wenig verhält. Aber ansonsten sehr gute Bilder, das auf jeden Fall ein Problem ist. Auch der Portrait-Modus funktioniert hier sehr gut. Und ihr habt viele Features. Und es ist eine zuverlässige Kamera. Sehr gut problemlos. Aber, ja, es gibt ein paar Handys, die das einfach nochmal ein Level besser können. 4K. Also was wahrscheinlich jetzt schon direkt auffällt, ist das extrem starke EIS. Also die digitale Bildstabilisierung. Ich muss sagen, ich finde sie ein wenig zu unnatürlich. Gerade auch bei schnelleren, stärkeren Bewegungen seht ihr dann dieses recht kurze Verschwimmen. Autofokus, absolut top. Also hier gibt es gar nichts zu meckern. Aber ich finde, es wirkt einfach zu unnatürlich. Es ist natürlich schön wackelfrei. Aber da hätten sie eine Stufe zurückgehen können oder mir die Option geben können, es abzuschalten. Bei 1080p allerdings gibt es ein anderes Problem. Und ich weiß, ich höre mich irgendwie zu meckrig an. Aber das habe ich auch im englischen Test schon gesagt. Ich komme dazu gleich noch. Denn ihr seht schon, hier flüssig alles. Und aber dieser immer noch pumpende Autofokus wie beim 5er, der gefällt mir nicht. Von daher würde ich persönlich wegbleiben von 1080p 60 und trotzdem auf 4K überwechseln. Jetzt mache ich etwas, was ich jedes Mal machen muss, ist, ich wechsle mal wieder meine Zusammenfassung, denn ich habe wieder vergessen zu tauschen. So, kommen wir kurz zu dieser. Also, Verarbeitung, Spitzenklasse. Ich wüsste nicht, was ich da irgendwie versuchen könnte zu verbessern. Beim Design allerdings stylisch und rutschig. Es ist eines der rutschigsten Handys überhaupt und die Tastenanordnung gefällt mir selbst auch nicht so gut. Fingerabdrucklaser sehr gut, aber spürbare Einschaltverzögerung, gerade im Vergleich zum 5er noch. Display sehr gut und was vielleicht sogar noch wichtiger für mich ist, die Spitze und absolut sehr überzeugende Kalibrierung. Sehr, sehr befriedigend. Lautsprecher sehr laut, recht sauber und voll für einen eben nach unten folgenden Lautsprecher. Der Kopfhörerausgang ist immer noch sehr gut. Leistung jetzt endlich, dann geben dem Wegfallen des Zitterns absolut auf einem spitzen Flaggschiffniveau. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln, mit absolut eines der Besten jetzt. Akku ist immer noch großartig. Software meiner Meinung nach klassenbessern, das mit einem ordentlichen Abstand. Frontkamera sehr gut, aber etwas, ein paar zu viele verschwommene Bilder. Frontkamera richtig gut, aber ein wenig zu stark reingeswimt, ein zu starker Crop. Lowlight-Kamera richtig gut. Hauptkamera sehr gut. Und ja, wie schon gesagt, ich denke mal, das hat auch was mit den Lichtsituationen zu tun. Videokamera sehr gut. Wobei 4K, da ist mir das EIS ein wenig zu heftig. Und bei 1080p, da pumpen der Autofokus ein wenig ein Dorn im Auge. Ändert aber alles nichts an dem Preis-Leistungs-Felden, das immer noch großartig ist. Und dazu komme ich gleich noch, aber kurz vorher noch, ein paar Hauptunterschiede zu OnePlus 5. Der Fingerabdrucklaser ist jetzt hinten. Die Anschaltzeit des Displays ist ein wenig größer geworden. Und wir haben weniger Tastenaktionen, wobei das jetzt keinen wirklichen Einfluss hat auf irgendwas. Dafür allerdings kein Jelly, kein Zittern und das Display wirkt im Ganzen einfach klarer und hochqualitativer. Der Lautsprecher selbst wird auch ein wenig sauberer, einfach ein wenig besser. Die optimierte Leistung profitiert meiner Meinung nach stark von dem abwesenden Zittern, das wahrscheinlich viele sowieso nicht wahrgenommen haben. Und die Kamera wirkt meiner Meinung nach, als ob sie es zu stark versucht. Aber, jetzt zum Fazit. Kann ich es empfehlen. Ja, absolut. Problemlos. Speziell für jeden, der nicht abgezockt werden will beim Handy kaufen. Denn wir nehmen es einfach mal so. Ihr bekommt hier ein Flaggschiff-Handy für einen Nicht-Flaggschiff-Preis von eben aktuell 8.000, 9.000, 9.000 Euro. Finde ich zu viel. Hier zahlt ihr die Hälfte oder zumindest einen guten Batzen weniger und bekommt nahezu das gleiche Erlebnis. Und deswegen verstehe ich allerdings trotzdem eine Sache noch nicht. Was ich bei vielen Tests gesehen habe, bei dem Fünfer war, dass viele sagten, großartiges Handy für den Preis, das beste Handy für den Preis. Beim 5T allerdings sehe ich jetzt viele Tests, die sagen, das beste Handy oder großartiges Handy, abgesehen vom Preis. Also der Preis spielt jetzt keine Rolle. Und wenn man diesen nicht mit einbezieht, ist es das beste Handy. Und das verstehe ich nicht ganz. Denn auch wenn es ein besseres Fünfer ist, in vielen Bereichen, gerade im Vergleich zu der jetzt verbesserten Leistung und das Displays und so weiter, kein Jelly und so weiter, ist es das bessere Handy. Zweifelsfrei. Aber es ist immer noch ein 5T. Es ist nur ein verbessertes Fünfer. Deswegen verstehe ich nicht, wie aus einem großartigen Handy für den Preis jetzt auf einmal das absolut beste Handy wird. Allgemein. Das ist etwas, was ich komisch finde. Und ich muss auch ganz kurz sagen, ich bin mir völlig bewusst, dass ich in diesem Test sogar relativ nörglerisch war und ich jetzt diesmal nicht mal sogar als Erwägung ziehe für meinen Daily Driver, was bei dem Fünfer noch der Fall war. Das ist jetzt allerdings komplett subjektiv und liegt an folgendem. Fingerabdruckleser hinten habe ich kein Problem mit, aber ich bevorzuge ihn vorne einfach. 2 zu 1 Display gibt mir gar nichts, wobei es ist ein besseres Display, ja. Aber ansonsten gibt es noch ein paar Sachen. Leistung ist jetzt besser, Akku ist gleich, Software, Kamera ist nicht wirklich besser. Und deswegen sage ich jetzt auch folgendes. Wenn ihr kein Problem mit dem Jelly-Effekt habt, wenn ihr euch da nie gestorben habt und wenn ihr jemand seid, der das Zitter noch nie bemerkt hat, würde ich sagen, spart euch das Geld. Wenn ihr 2 zu 1 nicht braucht und nehmt einfach das Fünfer, das könnt ihr heutzutage wirklich sehr, sehr günstig bekommen, spart nochmal um die 150 Euro und habt nahezu das gleiche Erlebnis. Von daher sage ich jetzt einfach nochmal, ja, absolut uneingeschränkte Empfehlung für jeden, gerade der ein modernes 2 zu 1 Handy will, der Superqualität auf einem absoluten Flaggschiff werfen will, aber eben nicht Flaggschiff Preise zahlen will. Von daher gibt es da nichts zu meckern. Aber ich bin mir auch bewusst, aus irgendeinem Grund, und das habe ich heute eben erst nachträglich bemerkt, wenn ich das Handy ganz normal benutzt habe über die letzte Woche, hatte ich ein super Erlebnis. Ich habe das Gerät super genossen und ich habe es absolut top gefunden. Aber jetzt, wo ich heute hochgekommen bin, mir alles nochmal durch den Kopf habe gehen lassen und eben die ganzen Bewertungen für die einzelnen Kategorien gegeben habe, ist mir aufgefallen, dass es so klickt, als ob ich gar nicht so überzeugt bin, denn ich habe recht viel gemeckert. Das liegt allerdings auch daran, dass das Fünfer schon so einen hohen Wert erreicht hat und dass das eben einfach aufgrund der, dass es später rauskommt, jetzt nicht so viel bahnbrechende Neuerung oder Verbesserung gebracht hat, dass ich komplett von den Socken gehauen werde. Wäre das Handy so vor einem halben Jahr rausgekommen, sagt jeder, einwandfrei wäre das das Handy, was jeder wollte. Stimme ich auch völlig zu. Aber das Fünfer war schon top. Das kann ich immer noch jedem empfehlen, wer eben die erwähnten Probleme nicht als Probleme sieht. Aber es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass es Fünfer dadurch das Überhandy ist. Es ist top und wie auch schon gesagt, gerade in Anbetrachte der ganzen Flaggschäfe, die deutlich teurer sind, würde ich diesen immer noch vorziehen. Immer noch, einem Note 8 und auch sonstigen. Einfach weil es Top-Handys super ausgereift ausbalanciert. Und das ist sehr, sehr wichtig, nahezu ohne echte Schwachstellen. Warum es jetzt allerdings im Test so klang, als ob ich nicht ganz so zufrieden war, verstehe ich selber nicht. Ich denke mal, das liegt einfach daran, wenn man sich alles durch den Kopf geht, direkt vor dem Test. Hättet ihr mich vor zwei Tagen gefragt, hätte das wahrscheinlich spontaner ganz anders ausgesehen. Aber, ja, ist so. Deswegen weiß ich nicht mehr, was ich sonst noch sagen kann. Was ihr noch irgendwas wissen wollt, einfach in den Kommentaren. Ansonsten noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.